Herzlich willkommen zu einer kurzen Marktbesprechung, in diesem Fall den Euro-US-Dollar. Sie sehen hier im Moment den Währungsfuture des Euro-US-Dollars, der mit einem Tick bei 12,50 Dollar tickt und an der CME gehandelt wird. Ich möchte Ihnen heute ganz kurz ein aktuelles Stimmungsbild des Euro-US-Dollars geben. Sie sehen hier einen typischen Day-Trading-Aufbau von mir, nämlich 5-Minuten-Chart, Stunden-Chart und Tages-Chart. Gucken wir uns zunächst einmal den Tages-Chart an, vergrößern den einmal, dann sehen wir hier, dass dieser Markt sich grundsätzlich, wir fahren mal hier ganz hinten an, sich in einem Aufwärtstrend befunden hat, dann kam eine entsprechende Korrektur in den Markt, hat dann hier oben ein Doppeltop ausgebildet, dann kam eine ganze Ecke eine weitere Korrektur runter bis auf das alte Tief. Das heißt also, wir pendeln derzeit zwischen 1,08 und 1,15 Dollar. Die Pendelbewegung hat sich abermals nochmal hier in einen Aufwärtstrend bestätigt und Sie sehen das eben hier innerhalb dieser Seitwärtsbewegung auf dem unteren Bereich bei 1,08 und der Seitwärtsbegrenzung in dem oberen Bereich bei 1,15. Sieht man eben recht schön, dass der aktuelle Markt derzeit auf Tagesbasis heute wieder ein Stück korrigiert. Dazu schalte ich jetzt am besten auf den Stunden-Chart. Gucken wir uns das im Stunden-Chart mal an. Hier sieht man die eingezeichneten Linien von eben vom Tages-Chart und nun erkennt man auch hier, dass sich hier eine Aufwärtsbewegung in Trendform ausgebildet hat. Es sind viele kleine Trends, die Sie jetzt hier sehen, aber auch im mittleren Trend und Sie sehen hier, dass dieser Markt auch hier jetzt eigentlich und das wird ein bisschen, das ist das, wo ich sage, das könnte kritisch werden, davor steht, diesen Aufwärtstrend zu brechen und hier eventuell einen abwärtsgerichteten Markt zu etablieren. Das würde heißen, um das jetzt mal etwas pragmatisch anzugehen, wenn wir zurückgehen auf unseren Tages-Chart, gucken wir uns hier nochmal schnell den Tages-Chart an, dann wäre es denkbar, dass dieser Abwärtstrend auf Stundenbasis durchaus das untere Ende der Seitwärtsrange bei 1,08 möglicherweise tangieren kann. Wenn wir jetzt eine Trading-Idee entwickeln müssten, dann wäre es sinnvoll, hier zunächst einmal, ich gehe jetzt einfach nochmal auf das Stunden-Chart, den Durchbruch unter 1,10 80 abzuwarten, damit man dann hier einen etablierten Abwärtstrend hat, um dann aus dieser Korrektur heraus, das wäre Sinn der Übung, aus der Korrektur heraus wiederum ein mögliches Einstiegsszenario irgendwo in diesem Bereich zu etablieren, um dann die weitere Trendbewegung hier nach unten mit fortzusetzen. Das wäre eine relativ kurzfristige Aktion und für den Day-Trading-Bereich geeignet. Für den Tages-Chart, also derjenige, der den Euro-US-Dollar eher in einem langfristigen Bereich hält, müsste man sich dieses Bild noch etwas genauer anschauen und müsste warten, bis dieser Rücksetzer in dem Bereich 1,08 angelangt ist und dann wäre es denkbar, dass dann der Markt wiederum an der Seitwärtsphase abprallt und dann wäre zunächst einmal die alten Hochpunkte relevant, die einmal knapp bei 1,12 liegen und bei 1,15 liegen. Summa summarum bleibt zu sagen, dass wir uns hier innerhalb einer Seitwärtsrange befinden und dort ist bekanntlich natürlich das Trading besonders schwer. Das heißt, halten Sie den Markt besonders im Auge und suchen Sie nach kleineren Trendgrößen, die man, woraus sich dann möglicherweise Trading-Ideen entwickeln können. Bis dahin, das war's. Herzlichen Dank, Ihr Carsten Umland. Das war's. Herzlichen Dank.